Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Mit der Erweiterung Necrom gibt es einen neuen Handwerkstisch in diesem Spiel und zwar den Telvanni Alchemie Tisch. Der sieht richtig mega aus, auch wenn ich ihn euch gerade noch nicht zeigen kann. Und er ist eigentlich relativ einfach zu bekommen, denn wir müssen nur Spuren einsammeln. Das schauen wir uns mal näher an, wenn wir einmal unser Tagebuch öffnen und hier auf die Antiquitäten gehen. Einmal runter zu den DLC-Gebieten Telvanni Halbinsel. Dann scrollen wir mal ein bisschen runter und dann finden wir hier den Telvanni Alchemie Tisch. Falls ihr den dort nicht findet, dann habt ihr tatsächlich noch gar keins von den Teilen entdeckt, denn auch hier unten habe ich noch einige versteckte Einträge, die erst sichtbar werden, wenn ich eben etwas davon gefunden habe. Und so ist es auch mit dem Alchemie Tisch. Einen Teil habe ich schon zwar noch nicht ausgebuddelt, aber immerhin gefunden, denn man hat 30,5 Tage Zeit, um die Spur dann auszubuddeln. Sollte ich diese Zeit verpassen, ist die Spur nicht in dem Sinne weg. Ich muss sie dann halt noch einmal neu holen. Ihr seht schon, zehn Spuren brauche ich und die Spuren sind gelb. Also ich muss in der Archäologie schon ein bisschen weiter fortgeschritten sein, sonst kann ich die Sache natürlich weder spähen noch ausbuddeln. Aber das Leveln dauert jetzt nicht so lange. Ihr müsst jetzt nicht den höchsten Rang haben. Von daher, das schafft ihr auf alle Fälle, falls ihr noch nicht so weit seid. Vor allen Dingen, man erkennt jetzt relativ klein oben, wie der Tisch aussieht. Der ist so zweigeteilt, er sieht wirklich mega aus, lohnt sich wirklich. Wer meine Videos regelmäßig schaut, gibt ja auch ähnliche Dinge, die man einsammeln muss. Ich habe es euch ja schon öfter gesagt, wenn irgendwo was glitzert, unbedingt mitnehmen. Vielleicht habt ihr nämlich jetzt schon festgestellt, dass ihr tatsächlich die ein oder andere Spur schon habt, vielleicht sogar ausgebuddelt habt. Und genauso ist es hier auch. Hinter mir finden wir eine Spur, nämlich hier oben. Da glitzert es. Da drüben glitzert es übrigens auch. Da steht eine Truhe. Upsi! Und hier sehen wir, das zersprungene Trockengefäß wurde gerade auch von dem Mitspieler hier aufgenommen. Das machen wir jetzt auch einmal. So. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, hier wird mir gerade angezeigt, das Glasi-Trockengefäß ist gerade dazugekommen. Und damit habe ich schon zwei Spuren von zehn von dem Telvanni-Alchemie-Tisch. So. Ich habe so den dumpfen Verdacht genau, dass hier wieder nur was drin gelassen worden ist. Alles. Komisch. Okay. Eigentlich wäre es immer besser, die Truhen komplett zu leeren. Dann wird sie nämlich dann irgendwann resettet. Wenn man was drin lässt, bleibt es halt so, wie es ist. In dem Fall ist hier erstaunlich viel drin geblieben. Man kennt es. Sonst ist irgendwie nur so ein Stilstein oder sowas drin. Also Dinge, die man absolut nicht gebrauchen kann. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut. Wir sind ja bei dem Telvanni-Tisch jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spurensuchen. Vielleicht habt ihr auch schon welche beim Spurenausbuddeln sowieso. Ich verlinke unten die weiteren Spuren. Also was euch noch fehlt, könnt ihr euch dann zusammensammeln. Ja. Und falls ihr noch kein Follow da gelassen habt, dann wird es jetzt aber Zeit. Kostet euch nix. Ich freue mich drüber. Und damit sage ich dann auch schon wieder Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.